Geier Starkstromtechnik – Umbauarbeiten an einer Niederspannungs-Schwerpunktverteilung Eine Schwerpunktverteilung der B. Braun-Melsungen AG wird von fünf Transformatoren redundant eingespeist und versorgt sternförmig wichtige Unternehmensteile. Um die Anlagenverfügbarkeit auch im Wartungs- oder Fehlerfall eines Leistungsschalters zu gewährleisten, wurden die fest eingebauten Leistungsschalter gegen Leistungsschalter in Einschubtechnik ausgetauscht. Für die Ausführung der Arbeiten stand ein begrenztes Zeitfenster von Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung, was für unser Team und die Mitarbeiter der B. Braun-Melsungen AG eine große Herausforderung war. In diesem engen Zeitfenster wurden insgesamt 14 Leistungsschalter zwischen 800 und 4000 Ampere erneuert. In Zukunft können Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ohne komplette Abschaltung realisiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern der B. Braun-Melsungen AG für die professionelle und kollegiale Zusammenarbeit, die uns die Ausführung des Auftrags ermöglicht hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017